Hallo, grüß euch! Ich bin's wieder, ich bin Hari und ich mache euch wieder einen Drink heute. Heute mal was Alkoholfreies. Heißen tut der Pink Grapefruit. Starten tun wir mit einem Löffel Zucker. Wird direkt im Glas gemacht, also bieelt ab. Dann brauchen wir Limettensaft, frischen 2cl, 3cl frischer Grapefrutsaft. Dann wird gerührt. Mit Soda aufgegossen. Karniert mit einer Grapefood Scheibe und frischem Basilikum und fertig ist unser Pink Grapefruit.